Einen wunderschönen guten Hallo, meine Damen und Herren von dir auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ist der Score of Cash zusammen mit Wex, Flocke, Alex und Mandalu-Karl Oh yes! Der Wex ist dabei! Wieso ist es bohren ich falsch rum? Wo wexst du mit dem Main-Account? Da hat dir wohl jemand den Kopf verdreht! Uuuuh! Ne, ich stehe auch noch hinter ihm Ich hab die Ex-Narbein gelassen, wo ich jetzt besser aufzusehe, wenn wir gewöhnen, ja Win-Win-Situation Na ja Wex denkt man, die Pistolenrunde ist das Wichtigste Natürlich, die hab ich... Oh! Die hab ich erfunden! Oh, Mitte geht ab, oder was? Ja, Mitte sind 3 durch Main einer Highway hoch Okay Bombe ist Mitte gewesen Nein, ich bin down erst A Bombe läuft nach A Jo Wollt spart machen Sind schon links rum da, hallo einer Also CT Der eine trifft eh nix Da bist du hin Oh Nice Loi Loi Er hat sich weg gedreht 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 Ja, deswegen konnte ihm keine Ecke Ich dachte, wer auf Karre war, weil er sich einfach nicht bewegt hat Nee, das war ne Flash Ja Okay, das hat eigentlich bewiesen, dass die Leute schlecht sind Ja Items sagt nämlich immer, das klappt nie Du kannst alles um ne Ecke werfen und der Gegner dreht sich weg Also wie bist du schon mal das zu gegen Du immer ich Auf Korbel hab ich immer meine Glock um die Ecke geworfen Und dann hast du gelacht als das einmal geklappt hat Die Gegner drehen sich immer weg Das ist jetzt meta Einfach irgendwas werfen Ich hab damals eindeutig dazu gesagt Ja, ich hab nen Hit Ich hab nen Hit Ich hab nen Hit Bei uns Ja, ich wurde geflasht, da ist was auf A schon drauf Ja, bitte Noch einer Sunroof Wow Ja Ich war Full Flash bis zu dem Moment Der Einer steht ja Arme Eden links Eieieieiei Eieieiei 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 Das ist ne Ablenkung Nein, mir ist durch John 2 B Der kommt halb einer Nein Ich wollte ihn abhaben Ich wollte ihn abhaben Die Waffe Hatte keinen Schuss mehr in der Diegel Die arbeiten übel krass mit Ne Krass Ich arbeite normalerweise übel krass mit Headshots Einem zu lange, wie ich nicht wegdrehe Ist alles ok Ne, ich hab mich ja nicht weg Jetzt kommt jeder Die Gaming Brille, Alter Jetzt hab ich genug Oh wow Ich hab auch schon auf Da ist ein Fleck auf meiner Gaming Brille Ja, gelber, ne? Das ist stundlich irritierend Ein gelber Fleck auf der Gaming Der geht übers ganze Glas Hey, im guten Abend Mit ist der Smoke, Achtung Also aufpassen, Highway Main Step Mitte Könnte vor Wenn stehen Oh, er ist schon nix gecrossed Ja, wenn das auf So hier rüber, Darno Ich warte mal kurz Oh nein Ah shit, ich komm auch Äh, ich glaub Akku wird rauskommen Beflashed Oh shit Da ist ne Orb Wo? Highway Highway Eine Highway Saved Komm schon Nimm ne Waffe mit, oder? Soll ich saven? Ja, K vielleicht Hast halt nur 20 AP Was ist das? Enze? Was ist das für ein Ranz-Team? Nein, Quatsch Hast du da mit ein Gebäld oder was? Ne auf dem Sticker Achso Aber so auf der Waffe da Aber so auf der Waffe da Nicht gar nicht das Team Ist das ein Abwehr auf dem Bild? Ja, das ist doch Enze Das ist ein Q da aus Holy fuck, mega lecker hat grad 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 die Bombe hochgegangen ist Enze war doch auf dem letzten Team hier gar nicht so bad Es gibt irgendwie super viele neue Teams Die haben doch deinen Pickfuck komplett übern Haufen geschossen, oder nicht? Das haben fast alle Aber die wichtigste Frage ist, wie läuft's bei Tai Loh Tai Loh soll sich mal für einen Major qualifizieren, damit die sich für Sticker kaufen kann Da Loh, nimm die Waffe Qualifizieren sich für Berlin wahrscheinlich Hast du denn noch Geld? Was ist das in Berlin? Starlider? Ja, ja Kann sein Starlider ist doch von Euronings, oder? Ja Das ist ne Orb, bitte Die sich nicht traust sich zu zeigen Haben das ne Smoke, oder das ist deine? Das ist meine, weil ich Stepp gehört hab Steppes Steppes Oh, einer ist ein Boost runter Nein, ich hab nur 4 main Ich hab nur 4 main Da kam ne Smoke für Yellow Rind ist bei der rechte, der hat uns bis jetzt nicht eingespielt Einer auf dem Spot tot, der muss ein zweiter sein Ja, da ist er Die Reaktionszeit ist doch schlecht Zweiter auf Dritter, zwei auf Adolf Wie spielst du die mal ein? Einer Sets hab ich Hoch und runter übergegangen Oh, ihr seid beide sauer Ja, glaube ich Pass auf Huah Oh, weg Oh, hinter mir Dalu Das könnte ein Decoy sein, oder? Hab den? Echt? Der hat schon hundertmal geschossen Achtung, einer ist wahrscheinlich noch Oder links im Back sind welche? Ist nur noch einer, wechsel Mach ich doch Y landen hab ich Perfekt Loll, die Able war echt Der hat irgendwie achtmal oder sowas auf mich geschossen Und deswegen dachte ich Ja, es ist ne Decoy Weil Das war die In gewisser Variante Basis ja auch So Ja, die hat ne Decoy Also musst du erst überlegen Ja, hab's und gekriegt Wer will Ich hab hier eine AK für dich Ja, ich hab hier eine AK für dich Ich hab hier eine AK für dich Okay, ich hab auch eine für dich, Vex Äh, Vex, hier Oh, dacke Was ist denn jetzt? Ja, ich hatte mich verkauft Ja, so Lieber ne Aachen Meinst du wieso schon das was die jetzt da hat, ja? Ich hab eine von Enze 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 Ja, schon wieder Ja, schon wieder So das Enze Team da drieben Ja, ja Throwing Smoke Deine? Ne, ne? Ich bin Full-Flashed Könnten zwei Flash mittlerweile Oh, die haben bei uns ganz gesmoked Das ist gar nicht mehr so schlecht Ja, die könnten schon drin sein, ne? Einer schon drin, ja Ich hab nochmal einen Molli geworfen Einer ist links hinten drin Echt schon im Checker? Ja, ist schon drin, ja Okay, warte, ich schieße einmal durchgewandt Im Wend ist keiner Außenwend ist Außenwend ist noch zu Ich hab, äh, ich hab bitte gedeft Äh, oben ist auch gesmoked, Leute Ja, die sind über Geh, geh runter Das wird ein B Die Smoken auf Spot auch jetzt Ja, ich hab's im Sichtfeld Ich geh vom Asport drüber Du musst schießen, wenn er noch lebt, Wex Ja, nochmal, versuch's nochmal Versuch's nochmal Komm Jetzt gleich bist du schneller Der gehört dir, Wex Ich seh dich da Ja, ich seh mich da auch mal Wir haben die Bombe Wex, richtig schnell Richtig schnell, richtig schnell musst du sein Ey, die Blut sind, die Blut sind aber Hab nur 3 Blutzeuge drauf Die Blut sind aber krass, ne? Ja, ja, Smokes haben wir drauf Also, Smokes haben wir drauf, ey Aber richtig gut Ich bin da Er hat einer CT Ich glaube, der CT ist ungedeft, oder? Ja, keine Sorge, ich hab das, pass auf Ich würd Ich würd Ich würd grad flashen Wie kann man denn auf B denn alles smoken von draußen? Wie geht das denn? Mit genug Willenstärke Oh! Der ist schon Wie konnte das denn passieren, wenn zwei Leute in die CD-Base gerannt sind? Der war einfach eins mit der Warte Jemand Ava? Ja, würd ich nehmen Nein, danke, ich bin satt Ey, das ist krass Sie haben, das habe ich das erste Mal Seitdem ich von einer solchen Spiele gesehen, dass man die kompletten Spots Ich freu mich, wie sie oben gesmoken haben müssen ja von draußen Ja, die muss ja von draußen geworfen worden sein, also von dem Toxic Ah, das geht vielleicht seitdem die Hitboxen sind Die Skyboxen, oder? Noclip Um eine Smoke zu werfen Dann wieder zurück Damit Sky mal auffällt Ja Ey, einer ist durch Einer ist durch Oh shit, zwei, drei Ich geteilt Okay, ich bin schon auf den Weg Komm, den hast du auch noch Noch einer closed? Jawoll Nice, sehr gut Schöner Hit Und geklaut Bedanke Nee, der hättest du doch nicht Bedankt dich doch nicht Das war dein Ace So, der ist low Ja Max klaut dir zwei Leute Guck mal, ich bin hier Typ Ja, ich kann nicht Ja, der Ace ist klaut Ich kann nur dazu beitragen Ja, nehm ich Kannst du selber kaufen, Flocke? Ja Oh, Alex mit zwölf, da reißt du jetzt, hallo Ich mach den weg, ey, in der Pistole Ey, wann soll das denn mal passiert sein? Wann hatte Vex denn mal zweistellig Kills und einstellig Toten? Das sind alles Das sind all die Folgen, die nicht hochgeladen sind, ja Bitte und Main Ich glaub, wenn die Folgen hinkst, ist die ihr nie Ach, scheiße, alle Das ist der Vex, ja Wurde von der Flash gegeben Ey, Heidelberg schon hoch? Okay Ja, die rushen gut durch, ey Vex sagt einfach nichts Ey, ich hab den durch, glaub ich Wow Ab ihn angeschossen, einer low So proud, Vex, I'm so proud LOL Und letzter ist planted Warte mal, ich glaub ihr Kann das sein, dass jemand anders ist? Main Links Views du? Ja Oh Nice Wir sind ja als Zuschauer weniger Smoke als die Spieler, glaub ich, ne? Ich hatte keine gesehen, weil der war die ganze Zeit zu sehen so ein bisschen Achso, ich hatte auch keine Smoke, aber ich hab ein bisschen daneben geschossen Ich hatte auch keine Smoke Warum? Damit das nicht auffällt Und der letzte, was ich sehe Ne, ich hatte ihn erst angesehen, als er rausgerannt ist Ich hab grad das haben die gefixt mit denen Also wenn die jetzt nochmal auf A drauf kommen, lass uns mal bitte tauschen, nicht zwei Bogos auf A stehen lassen Nichts gegen dich Items, aber Einer ist Sunroom angeschossen Einer ist links, in der Mitte Einer low Ja, das war leider derselbe Der Motherfucker Du hörst die Tür, ne? Mehr hab ich nicht gesehen Ja Main, einer Ja Kommt welchen nix Er kommt halt vorgelaufen Die kommen, da kommen viele Äh, Bombe ist A He 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 Oh, ich hab die nur die Smoke getroffen bei denen Die läuft doch bei A Hallo Ja, die hatten sich abgewechselt Der eine war auf 75 runter geschossen und dann ist der nächste gekommen Hat mich geklärt Heiß'n drop, danke Einer der Gegner, der dich kakiert hat Ich hab leider kein Geld Äh, neu Ich hab das schon mit dem Volt Ne, ne, passt Aber irgendwie hat er beim Kaufen die Waffe wieder weggeworfen gerade Let's go before Nice to go Ja, manchmal wirfst du Also, manchmal wenn du eine Waffe für wen droppst Lässt er sie auch einfach fallen, anstatt sie nach vorne zu werfen Ja, das würde ich Noch einer low Ich bin full flash leider, aber war alles ok Noch einer hier wend Einer push, push Er hat mich leider Ah, die war weg Ah, war mein Fehler Aber einer ist noch verbrannt Ja, leider slow auf Spot schon könnte CT kommen Ja, die Bombe war wie Wex könnte hinter dir schon durch sein Äh, die Cork Richtung Start Steht genau in der Tür Links von die Wex Wex, sind doch schon alle drauf Sind alle drauf? Da war, da war doch einer links Sie haben uns doch schon alle überrannt Ich sehe das Cash Gespenst Ja, voll Oh, die Flash Ich habe nicht von der Flash weg leider Bräuchte wieder einen Drop Kann ich kaufen A braucht immer einen Drop Aber natürlich, ja Hier Items liegt da eins Oh danke Ich brauche keinen Drop Soll ich die kriege? Ne Tech9 oder? Achso Ah, danke Ja, fast Ach ja, okay Ja, da vorne liegt noch eine Gut, dass du die nicht genau hast weg Nein Wär auch zu smart Das war meine weg Lass dich so Okay, okay Wow, ich werde jetzt im Verbrechen angeschifft Richtig im Verbrechen der Das ist fast mein Coach verursacht Einer Sunroom Low Kannst flashen, Alex? Ja, ich habe geflasht Ich habe nur eine Dann wäre wirklich Molly Ein richtig gutes Oh Gott, oh Gott Wend es auf mich Wend es auf mich Ah Wächst nicht Flash Aha Er ist immer noch Sunroom An den Barrels Ja, habe ich auch nochmal getroffen Klöter Das kann nicht derselbe gewesen sein Mit der Flash Schön wächst Keine Ahnung von wo die Flash kam Jetzt auch wo einer Ja Bin da, Alex? Pass auf Links könnte vielleicht anders sein Der ist genau Boah, der ist Direkt Mitte Rechts Habe ich mich erschrocken Der wo? Ja, genau Ohne Benz Ich mach Mitte Benz? Ja, der ist dann rein jetzt Holy fuck Aber wo ist die Bombe? Der ist zurückgegangen Der wird das nicht sein Einer kommt von A, Vorsicht Ich glaube erst die Bombe A ist Ich bin fullflasht A ist in Smoke aufgegangen A geplantet Ich weiß nicht ob ich zu dir kommen kann Ich weiß nicht ob ich zu dir kommen kann Über B wird jetzt auch kommen 66 Beide einer Main und einer Ecke Oben, oben, oben Ja Holy fuck, hab ich gar nicht gesehen Einer Checker Ja, ich wusste dass der von hinten kommt Ja, das war der B-Spieler Ja Der hat alles oder gut geirrt? Ne, den anderen hast du geirrt Ich hab jetzt beide angeschossen noch Die noch leben 66, 69 Wir müssen alle ein Kill machen Wir müssen alle ein Kill machen Alle ein Kill Alle ein Kill Schmeiß mal ne Nate Oh, midrush alle ein Kill Perfekt Dann ist ja direkt vorbei dann Die Runde Ja ne Das wird ne Schelle Runde Das wird ne Speedrun Los Schieß schonmal Ja Zurück Und ich den ersten krieg Die Nate Toi Die Nate Einer Low Ja, sag ich ja Der ist links im Deck Achtung Ah, ist links im Deck Nachlaufen Ja Da liegt nur ne Waffe B, Wend ist offen Ja Ich weiß nicht warum Nein Ich glaub von dem Connector Ich hab alle einmal eingesetzt Ach so, ja, ne ist klar Was für ne Range haben denn die Nights jetzt? Ah fuck, einmal getroffen Ja, da habt ihr aber nicht mitgemacht Ja, also ich hab den ersten Schaden verteilt Ich hab dir denn das System Ich weiß auch nicht warum ich ne 5-7 gekauft hab für den Moog Ja Ich auch nicht, wächst Das war fehlkalkuliert von mir Schwach ist das Wort, was du suchst Schwach Fehlkalkuliert Smoke main Schuster Späte Smoke Also wenn sie rushen Eine Sunroom hat wieder ein AWP überlebt Also hat einen Abbruch bekommen Der kommt vorgelaufen Könnten dann wieder 2 sein Von oben auf Spot, ich mach das direkt aus Nein Ist schon einer durch oder ne? Ne, ich glaub nicht Nein, ich red nicht mit dir Bobo Flash? Ja Hab ich Ja Noch einer glaub ich Ja, wirft Mollo Ich steh voll drin leider Ist, kommt jetzt Ist rechts Leicht rechts Ja, war der? Komm rüber Letzter Gegner unbekannt Das waren die 3 bei uns Hi Wazer Hi Wazer Ich kann nicht gleichzeitig reden und schießen Das funktioniert nicht Du 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 Dein größer kleiner Flocke Ich mach das Ich mach das auch Dein größer kleiner hat mich zum Raison gebracht Wieso denn? Da liegt ne Arbe Da liegt ne Arbe Da liegt ne Arbe Da liegt ne Arbe Links vor dir liegt Größer kleiner Größer kleiner Größer kleiner ist meine Push-to-Talk-Taste Meine auch Aber ist meine Mute-Taste Ja, ist ja theoretisch denselbe Ja, selbe Du kannst doch einfach auf die linke Maustaste Immer wenn du drückst redest du Wenn du nicht drückst redest du nicht Das Problem ist halt, dass Y direkt näher neben ist Und weil ich so viel Trash-Talk Mötig war ich bei versehenlich Hast du uns noch nie aufgefallen? Ich war fullflashed? Ja, gerade nicht Oh nice Ich bin der Schuss von hier Geh rüber? Oder soll ich rüber gehen? Ja B... Ich brauche Hilfe Wie viel der hier weg ist oder im Moment wieder? Moment, in die Flasch Du hast ja überhaupt nicht reagiert Ich hätt echt oft Haba eine Box nicht gefunden Ich hab nur den HB-Taste Wird schon wieder. Ich komm gar nix, nichts vorletztes runter. Eko für vorletzten... Let's stand. Die sind eigentlich gar nicht so schlecht für den Smokesman. War schon ein Highlight. Die sind wahrscheinlich ziemlich gut, oder? Ich glaub die sind gut, ja. Die sind in den Main reingelaufen. Entweder A oder B. Das wird A, oder? Die kommen A. A bin noch in deren Base. Versuch sie mal wegzumachen. Hat mich. Oh Leute. Da sind einige Heats. Nicht nur alles weggedrückt, sondern auch weggedrückt worden. Da ist einiges passiert. Ich hab nur gesehen, wie neben mir einfach mehr aus dem Mond geschossen wurde. Ja von hinten auch noch. Von mir. Den hab ich auch getroffen. Ich auch einmal. Echt? Gehen die durch? Ja klar. Da ging auf jeden Fall einiges nur. Da ging einiges nur. Die Ragen für die Flash. Oh. Mit ist. Du. 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 Ja okay. Ich hab jetzt mehr Geld als ihr an mehr Rundenanfall. Wahey. WENNst du dir mit den imaginären Dollars kaufen? Ich wollte das in unserem Chat bauressen. jetzt bin ich traurig hab doch geschafft wir alle waren da mal ich hätte die runde gekriegt hättet ihr mich ich hab ne flash ich hab ne flash ich hab zwei leute gesehen ich geh mal weg ne dallo ich würd eigentlich auch auf B gehen los rauf rennen Leute einer Spot linke Seite und jetzt kommt mich einer durch den Schacht wahrscheinlich einer Headshot schräge einer hinter den Boxen Schacht down nice letzter CT wo ist die Bombe der hat alle Munition verbraucht ich hab die Bombe oben 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 hier wächst und kill oh ich hab grad gefragt warum ich nicht nachladen kann aber ich hab das schon vor das Magazin oh Sonntag ne hat der die flash gerade oben raus geworfen ne wahrscheinlich den wir setzen Spot leer das ist los äh einer hat gleich geschrieben vor die Gegner flash you fools zu seinem Team ja so das ist so ne ungewohnte Wortwahl im Matchbacking ja das ist so flash you fools also hab ich gesagt jetzt sag ich noch voll höflich bitte flash was einer push bitte push ok ok ooooh die Apple noch zwei haben mich dann kann hier nur einer auf dem Spot sein der ist halt wirklich hier und ruf mich aus alter nick wenn das war der kaputt ist schon wenn das was gespottet gewesen ja wenn das was gewesen ich war der letzte also der der wenn das war kann CT sein ist schon noch weiter hinten ist noch CT hinten aber ja lass ihn kommen ich hab mal C äh Z der fickt dich weg ja guck mal hast du irgendwie ein und zwei um so berichtest du weißt oder den neuen AP den neuen AP mehr braucht sich nicht hä hast du ihn noch gehört ist er gesteppt er hat doch schon nur gehört also ich höre nicht wie du hörst nicht ich verlasse mich auf meine Adelaugen und mein Warhead ich hab dich neulich Mario Odyssey spielen sehen weg da hatte ich keine Adelaugen und auch kein ja da hattest du keine Wadelaugen oder die Wadela und ja ja die hat er auch nicht los wir haben uns da beide nichts gegeben ja die war zu weit oh wechs und der hättest du über Karl guck mal das geht darum ja er fragt dich gerade und ich antworte ihm ja deswegen ihr entscheidet euch richtig gut aber wir beide sind dann vorbei scheinbar ich bin so tot eigentlich er ist oben er ist oben down nice mittel push highway highway yep car is down car yep nein einer ist noch rechts highway gut dass du die Bombe hattest konntest du die noch weiter in die Base werfen einer ist noch mittel stromkasten 10 AP die Bombe wurde platziert hier Ganonen eine Nate hier hin und ich bin weg seitdem er wirft sie wie du ein quatsch komm er ist schon Spot hin rechts ja dann war das eine spannende Runde gut dass ich die Bombe dahin geworfen habe sie ist positiv alles ganz spannend guck mal Alex hatte gerade seinen Höhepunkt ja meinen Höhepunkt ja das hat er nicht gehabt alles nass ja na toll jetzt ist ich gleich wieder weg haha vor allem wieder 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 na das passiert mal wir werden älter mit zu denen einfach ja hier wuste mal danke vergiss es du bist ja nix der Gabelstapler oh denn lol der Typ ist gar nicht so schlechter in der Mitte naja du schreibst ihm noch nicht einer oben hinter die Mitte oben auf dem Geländer einer auf dem Geländer hab ich hab ich ich tat nicht auf dem Beinjob voll flashed voll flashed ja der ist voll flashed der ist in der Ecke da close direkt close kommt rein oh der geht völlig steil der Typ rechts wow oja das war aber kein Ase oder ach sehr gut dem haben wir es gezeigt dem haben wir es gezeigt kein Ase gegeben 5-7 ey oh Gott gar kein Gel danke Mellers von Flocke ich fühle weh was hab ich eigentlich ausgemacht dass ich nicht sehe welchen Fire Mode ich anhabe wächs hat Gefühle ich weiß gar nicht ob man das bei Counter-Strike überhaupt sieht ob man Gefühle hat oder was in Fire Mode in Fire Mode ob man was sieht in Fire Mode Single Fire oder Burst der war oben auf Heaven ok ich hab noch die erste Richtung der Menschen hallo 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 ich hab grad überlegt ob Items auch am Leben ist während der Kiste nerven oder nicht klar bin ich am Leben einer hat nen Deagle Hit White Box logisch irgendwo pusht was der ist links dran einer ist Z hab ihn na übst du dann äh White Box sorry äh hat mich ja ja gut wow der musste aber mehr mal schießen als einmal um mich zu töten ey äh ist das jetzt unterstützend wenn ich sage was für ein Lappen oder das muss ich wirklich The Rush komm warte warte Mitte ist das eindeutig okay ich werf äh ne smoke 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 die ist sick dauert noch nein der hat ne auch nicht die ist ja noch nicht mal gelandet Leute da liegt ne make 10 wo liegt ne make 10 ne genau da aber halt sie recht wirklich ja mach recht wie so ein typ wie so ein typ wie so ein typ ja nicht wie ne frau richtiger ich kann mit der Waffe gleich schießen wo schießen die hin Achtung Flash dürfte euch nicht flashen wenn ihr rausgeht weil sich in der Kiste lag okay das hat sich in der Kiste lag hinter mir und vor beide Seiten links und rechts oh fuck okay ja einer Auto ist low okay da kommen wir nicht weiter ooooh doi hä ich weiß es nicht ist er tot oder nicht ne ich bin ja blind ich war wie geil das hier gegen die Wand gelaufen ist und gesprungen ist einmal ja weil er seinen eigenen Flash gedodged hat wer hat ne Wand gedodged? der Griesener ich wollte eigentlich auf die Kiste nach links rausjumpen wo du mit dem Rücken dran standst und in die Richtung felsen und bin voll gegen die Wand gesprungen ich hab's gelassen und da bist du von daher erschossen der K habe ich aber das war die AWP halt Achtung neue Insane Smoke für Whitebox ja die läuft nicht hey natürlich die kommt doch jetzt erst du solltest auch nicht main gehen und sterben Leute der Typ hä okay er hat mich in der Smoke erschossen und du hast die Smoke-Vigiene geworfen oh nice ob es down das war es der der mich gekehrt hat ne doch steht Elektro-Kasten da ist sogar brennt Highway immer noch Highway ist tot Highway dann B kommt jetzt erst und Plätter noch einer B also äh CT Ander unbekannt von wo? schon Spot der ist auf dem Spot oben in der Ecke reverse Boost Nuke Rampe da ist er überhaupt noch da ist er überhaupt noch da ist er überhaupt noch aus ich war völlig verwirklich aber irgendwann eine Nähte geworfen das wird schon passen der muss aber die ganze Zeit auf dem Spot gewesen sein ich habe eine Aave für euch hier liegt die Aave der war auf dem Z-Wog oder was? ne auf dieser Kiste wirklich in der Ecke über der Tür rauskommst links das ist spooky und gefährlich auch ne ja da war es auch die Luft kälter die Pläne hat er ja ich glaube er konnte dich nicht abschießen weil du wahrscheinlich nicht um die Ecke gegangen bist vielleicht war es dein Plan dass du fändest auch die smoke ey ne weil ich kann da ganz schnell auf B äh da drüben smoken und dann gehe ich rüber oder die haben das geändert hier ich konnte mal früher rüber gucken über eine smoke du bist hinten drin wächst oder? du bist hinten drin also ich habe euch alle geflasht einer ist auf dem Spot einer CT ich habe euch ein paar entweder aber wer hat sich jetzt beansprungen du hast dich jetzt über wie viel kill hast du das gemacht? 3 oder was? ja das war nur alle amy flotter gegner das war ziemlich easy 3 viertel wie hast du das ausgerechnet? äh das sind das sind die 4 viertel ehhh achso es waren nicht alle das können dann würde es ja 3 viertel gewesen sein Das war eine 50% Chance, dass ich richtig lieg. Nein. Ja, keine Ahnung, das hab ich auch gefunden. Rechne weiter. Ey, die kommen alle, bitte! Und jetzt noch einer auf B stehen, ne? Ah, links Ecke. Einer fehlt. Da noch hinter dir, oder? B. Ich glaub, der war auf B. Der könnte auch noch hinter das Handwerk sein. Der ist Z, glaub ich. Ja, Z, ja. Ich glaub, wir haben ihn auf B auch gehört. Der Sechner-Wopf. Ja, kann ich bestätigen. Oh, Dalu. Ich wollte grad dazu sagen, er soll defusen. Ja, ich war auch schon mal an dem Ort, ja. Der ist doch tot, Mann! Das war der letzte! Ich weiß gar nicht wissen, wie oft sie schon defusen wollte als T. Echt? Passiert das auf? Siehst du was von Anti-Mate du bist? Ja, dein Kumpel legt die Bombe. Ne, die Bombe liegt auf. Ne, die Bombe liegt auf. Die Bombe liegt auf. Wex kannst du defusen. Die liegt bei uns in der Base. Ja, ne, ich hol sie schon, gar keinen Bombe mehr. Wie ihr gerade gesehen habt, nur Flock konnte ich uns umziehen. Irgendwie zeigen sie sich gar nicht gerade. Ich mach einen Scheiß, ich krieg ja nicht mal vernünftige Calls von euch. Dann hol ich auch die Bombe nicht mehr. Gemein. Der ist einfach so. Der ist z. Ja, geil. Gegen Boost! Unter mir, Galo. Rechts raus! Ja, der hat Wex. Oh, sehr schön. Okay. Leute, die habe ich nicht gehört, dass sie hier vor... Das ist aber krass. Ihr habt noch keine Schuhe an. Oh, leck. Y, slow. Wait, wo ist jetzt der... Sätze unbekannt, ja. Super. Wex. Komm, noch ein bisschen Geld, bisschen Geld. Mal Leiche-Shedding nicht raus, nicht. Hey! Das habe ich nicht verdient. Ich bin fein. Du musst ja gar nicht das gefunden, wenn du umgekippt wärst. Kann man in der Mitte ranlaufen, ohne dass man die sieht, wenn man boostet ist? Ganz dicht an der Maul oder so? Ja, also sehen nicht, aber wenn du darauf achtest, musst du es ja hören. Aber hinrennen müsste er können. So schnell bist du ja gar nicht. So schnell will ich ihn, ne? Die sind schneller, oder? Ja, aber er kann halt nix machen. Hey, die haben es irgendwie gerade geschafft, Silence zu boosten. Ich habe nicht gehört, als die gefunden sind. Oh, sehr schön. Standard. What the fuck? Einer ist Whitebox. Yo. Äh. Der hat mir auch gerade Worte mitgeben. Okay. Headshot. Kannst du jemand machen, Edems? Ja, ich kann versuchen, den Typen Headshot zu holen. Der ist wieder hochgegangen anscheinend. Flock event raus. Dein Ernst, oder was? Ich wollte da einen guten Call geben. Ja. Genau. Obwohl ich 300 Songs vorher davon höre. Ja, aber ich muss ja vielleicht das falsch gedeutet. Ja, genau. Ich bin dafür, dass sie den Spot auf A an das Pflaster, dass man das direkt hört, ey. Please boost me. Oh, Vex hat immer Soulcent. Ihr könnt einfach was droppen. Oder nicht? Vex hat immer Soulcent. Vex hat immer Soulcent. Vex. Oh, toll. Weil ihr mich so lange aufgehalten habt. Deine Kamera. Da sind schon zwei. Einer ist schon recht an Locker Main. Der andere ist tot. Team, ich komme zu euch. Au. Hab ich dich gerade weggeblockt? Ja. Äh, Z rechte Seite. Ist aber nichts Neues, von daher easy. Ich smoke mal schnell Z. Ja, liegt gut. Krasse Z. Das ist auch nicht guter Smoke. Nein. Ja, das ist auch okay. Vex, wir sind übergeben. Wir gehen auf B? Ich hab keine Ahnung. Ja, gehen wir da rein. Okay. Äh, läuft. Mega Leck. Ne, ich hab' dich einfach auch nur gesagt. Achso. Ah, nein. Äh, Onspot. Es ever. Ja. Hi. Hey. Das ist alles heiß Fuck Ja die kriegen nicht Oh mein Gott schade Ich hab nicht daran geglaubt man Ja ich auch Bis ich gemerkt aus die Zeit runter schickt Da war vorbei Meine Zeit Ja ich fand schön wie du gedacht hast dass der Serverlake Weil ich nicht geblockt hab Ich wollte da rein auf die Finger fand ich Na ja gut dann halt nicht Kein Geld wurden dropped Ah ja ein Jo Der kannst du auch ausdorben Oh danke sehr Bitte bitte Eine Premium Makar von einem Premium Spieler Hast du die denn geklaut Hast du die StatTrike Fire Serpent bekommen oder was Nein die Fauri Katzio Die Fauri Katzio Oh wow Oh Leute drei Mitte Kommt die raus? Oh Dalu Pass auf Einer Z Einer Whitebox einer Klo In der Boost des Todes Jeder der hoch geht stimmt Einer könnte Mitte pushen Einer könnte Mitte pushen Oh Die war schön Na nice Max Einer könnte rechts links Äh ja Rechts links genau Wieso ist Itemstone und sagt nix? Hey ich hab doch gecallt du Days Ich glaub er hat Ja ich glaub ich hab auch nur Gehört Ah schade Oh mein god Ah einer oben Alter Wow Achso Ja kann man machen Der läuft einfach im Vollsprint raus Ich hab ihn fast gekillt Und dann hab ich also den Besuch Der hört im Vollsprint raus Der zoomt noch Vielleicht war's ein No Scope Ja genau 440 Damage War bestimmt ein No Scope Ich mein das macht ja immer gleich viel Schaden Ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Achtung Sickenate Ich krieg deine AWP da weg Ja warte Kommt noch Molly für White Box Lass mal über das Mute Jetzt willst du nicht oder was? Oh mein Gott Bin da oben Nee Nee da Ja krass Das Geier hat der immer um mich rum Los 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 post Einer ist White Box Einer ist Z grad eben kurz noch Okay lass uns was zusammen machen Temi ja Weil ich hab Angst dann alle loszulaufen Einer ist mit links Einer ist mit links Och komm Ich hab jetzt selbst mal boosten lassen Ich hab jetzt grad Wett rein Ja nicht Der muss immer noch da sein dann Wenn das nicht green war der mich gekillt hat Das war der doch Der SMG hat dich doch gekillt Okay Ja ich hab den Namen nicht Ja ich hab das gesehen Bei dir im Wind Das hab ich auch gemacht Keine Sorge Oben 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 war das Flocker Natürlich Schön Nice Y Y AWP Hab ich durch die Kiste erschlossen Wow Noch einer noch einer links Okay einer links wegs Da rechts jetzt Rechts rechts Da glaub ich ja Nein links Links weggelaufen Links weiter Oh ne geh doch mal Ja und dann Hat nichts geändert Du warst ja voll drauf Ja 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 Doch technisch gesehen gewinnen wir Wenn wir unentschieden spielen Technisch gesehen ist es dann unentschieden Wir kriegen nur Tja ok Aber wir bekommen die Punkte die wir im Kopf haben Super Äh Nur so viel wie nötig Unentschieden Äh Damit gibt man sich nicht zufrieden Wow Und tot Ne 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 Hoffentlich da krieg ne Waffe Jetzt kommt die Nahkampfe Jetzt kommt die Nahkampfe Da war gar keiner mehr Rwp Schacht ist auf Oder warst du das Nein Weg fällt deine Waffe wenigstens runter Nein er steht halt NBK A ist soweit gut A ist frei Ich geh Z Ich blick für Main Z Z Z Z Z Z Zwei und beide Z Beide Z Einer ist jetzt aber wieder zurück Ja Einer ist low 10 HP Pushen schon Oh nein Ist das der lowe Nein leider nicht Oh Doch Oh nein Das war es sogar Der Glock Das heißt der erste Hit hat weniger als 10 Damage gemacht Oh sehr schön Neun wahrscheinlich Was war ein gut so unentschieden Oh nein so schlecht wie eine Und Wax Ranger Äh Wax Nein Einer muss mach mal Leute wenn euch die Folge gefallen hat hat gerne Bewertung da Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Macht es gut und bis dann erstmal tschau Hallo Das ist das hier toxisch